Hey Leute, wir befinden uns auf der Insel der Weisheit. Das ist die hier unten. Die ist neben Luterra. Und was ich euch kurz sagen wollte ist, da gibt es halt vier Mokokos. Und der Gag ist, die sind in den Nebenfahrten. Also ihr könnt ja hier straight drauf zulaufen auf dieses Gebäude. Und ihr seht hier nach rechts einen Weg und nach links einen Weg. Und danach gibt es aber keine Karte mehr. Und die sind begehbar. Und da gibt es halt am Ende vom Weg nach oben hin am Gebäude einen Bibliothek. So, ihr seht es hier bei mir. Ich bin hier gerade in der Pampa unterwegs. Und da oben rechts war halt der Raum. Und genau dasselbe könnt ihr nach links spielen. Nach links ist da noch so ein kleiner Bait. Ihr solltet hier nicht klettern, sondern ihr geht hier nach oben und dann einfach nach rechts. Und dann ist da auch so ein Raum. Und dann habt ihr schon alle vier Mokokos von der Insel der Weisheit gesammelt. Ansonsten gibt es da noch drei Bücher innen drin. Die geben euch Quests mit der Zeit und haben so Wissenseinträge. Ich weiß nicht, ob da irgendwann was Besonderes bei rauskommt. Aber das war bisher alles, was ich zur Insel weiß. Und man kann halt, wie ihr seht, Riesenherzen umtauschen. Also wenn ihr später Riesenherzen umtauscht, dann bringt ihr die da zu Minerva. So, und das war's für das heutige Video. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.